Jetzt kam ich leider einmal zu. Jetzt kam ich leider zu. Oh, oh, oh. Musik 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 back Musik man Musik 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 Musikerinnen, Musikerinnen angetreten und bitte um Erlaubnis, die Sonnenbrille wieder montieren zu dürfen. Ja, wir werden nachher geben, vielleicht nachher bei mir. Danke, dass ihr so zahlreicher sein seid. Wir freuen uns, dass ihr euch mit Schülmusik ganz freundereit werdet und euch auch am besten zu sehen. Vielen Dank. Schön, dass wir da sind. Wäre wieder liebste Lange noch? Ja, ne? Ich bin mal zufrieden. Meldet sich ohne Tabu, Herr Röhre, mit 13 Spielleuten und drei Gastspielleuten an. Ich freue mich, dass ihr so zahlreicher seid, auch die Gastspielleute und es ist gut zu bleiben. Zur Meldung anlegt nicht, die Augen ist raus. Meldet, Schützvereine, Bruderschaften, Musikzüge, Spielmannszüge, mit 870 Mann und Frauen angeboten. Vielen Dank. Lassen Sie rühren. Schütz, rührt euch. Dol, Döller, Döller, Döller. Endlich können wir unter unserem rechten Motto wieder ohne Einschränkung unser trans-minister Schützfest feiern. Und das wollen wir heute auch mit euch mal in der Tat und bis in den Mai hinein anziehen. Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, liebe Jungschützen, sehr geehrte Gäste. Ich freue mich, euch so zahlreich zu unserem Schützfest begrüßen zu dürfen. Begrüßen möchte ich die zahlreich angekriegenden Schütze der Bruderschaften und Vereine aus Lumpen, Kreukum-Langen-Hörn, Haarstedt-Alter, Rektor-Felden und Sitz-Effekt, sowie zusätzlich zum sicheren Feldschützfest, die sich bei einer Akkuburg, Feldstädt und Bühlschneiderbrüder mit ihren Meisträten und Sportländen. Herzlich willkommen. Bevor wir nun zur Aufstellung unseres Schützfestes kommen, noch ein besonderer Dank an unser scheidendes Kühlschirm, Christian und Barbara Marker. Christian und Barbara haben sich in ihrem Regentschaft ja sehr viel das Wohl unserer Bruderschaft eingestellt. In allen Rettenten und unter den amtierenden Kühlschirchen war Christian sehr erfolgreich und konnte sich im Gemeinde- und Hotelpokal als Kühlschirche. Vielen Dank an die Teilnahme an den vielen Veranstaltungen und den neuen Regentschaft. Wir haben unsere Schützfrüderschaft immer hervorragend hier präsentiert. Da ist er nun endlich. Unser Rettenten und König Johannes der Erdschebe, der, wenn es darauf ankommt, Projekte er voll vergabend ist. Das Projekt König von Neukölln abgut zu werden, hatte er bereits beim Kühlschirchen 2022 gestartet. Doch es kam etwas Unvorhergenehmes dazwischen und so hat Johannes ein ganzes Jahr hart gearbeitet, um sein Projekt zum Erfolg zu tun. Dies ist ihm nun gelungen und er setzt sich die vier Mittelwährer und die Kühlschirche durch. Damit ist der Dorn nun am Ziel und unser neuer Schützfrüderschaft dankwürdig unser Dörren-Abbruck. Gemeinsam mit seiner Frau Gantti, die strahlende, mit dem Hühner-Dich-Dorn und allen Helfern hat die Vorbereitungswoche schon so viel Spaß gemacht, dass es ein holles und wieder einzigartiges Schützjahr werden wird. Als Aufmann von der Dörren weiß ich Gantti meine Frau bei Nitzüge. Da wird die Regentschaft über das ganze Schützfreude erleichtert. Applaus So Schützchen, stillt dann! Richt euch! Zum Verbeimarsch der Majestöten, Augen rechts! Applaus 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 Applaus